Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, nicht zum Verzerr geeignet, anzunehmen bei Cupal Ölbein, auf Metagon, an dieser Position. Quest ist angenommen und nun darf man gestohlenes Öl wieder beschaffen, heißt also aufsammeln. Das sind diese Teile hier, so Kanister, da waren zwei Dwin. Mal schauen, ob es auch mehr gibt. Auch zwei. Wie man sieht, ist das Questgebiet ziemlich groß. Ich weiß jetzt nicht, ob die verschwinden, wenn andere Spieler sie aufsammeln. Das kann ich ein bisschen schlecht testen auf dem Patchserver. Es sind nicht viele Leute unterwegs, beziehungsweise viele Spieler. Ja, jetzt ist ein Mob geändert und er wurde auch feindlich. Na dann, töten, töten, töten. Immerhin weiß ich jetzt, dass die kein Öl trappen oder ich hatte Pech, aber es gibt ja genug zum aufsammeln. Und da habe ich auch schon zwölf. Habt ja gesehen, das Questgebiet war ziemlich groß. Quest ist dann abzugeben bei Cupal Ölbein, auf Metagon, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Ciao.